Musik Das Gesichtchen sieht aus wie das eines Häschens, die Ohren wie die Flügel eines Engels und die Pfötchen wie die Pfötchen eines Pudels. Doch tatsächlich ist Wally ein Kaninchen, auch wenn er es selber vielleicht noch gar nicht weiß. Doch Wally ist mit Abstand das süßeste Angora-Kaninchen, das wir je gesehen haben. Und genau darum eine kleine Internetsensation. Musik Auf Instagram haben Wally und seine Besitzerin Molly aus Massachusetts in den USA bereits fast 300.000 Fans. Und wer einmal auf ihrer Seite mit den Videos gelandet ist, kommt so schnell nicht mehr weg. Musik Dabei ist hier nicht viel mehr zu sehen als Wally, wenn er hüpft, Wally, wenn er frisst, Wally, wenn er schmust, Wally, wenn er müde wird, Wally, wenn er vor Müdigkeit umfällt und Wally, wenn er schläft. Aber das alles kann wirklich kein Kaninchen so bezaubernd wie Wally. Musik Doch bevor ihr jetzt alle losrennt, um euch auch ein Angora-Kaninchen zu besorgen, denkt gut darüber nach. So ein Kaninchenfell braucht eine Menge Pflege und kostet Zeit und Geld. Denn wie manche Hunde müssen auch Angora-Kaninchen oft gebürstet und sogar geschoren werden. Und sie brauchen eine Menge Liebe, Auslauf und Gesellschaft. Bis zum Ende ihres Lebens. Zum Glück ist Wally da bei Molly gut aufgehoben. Musik 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 Musik